Jo, am Montag beginnt wieder euer Unterricht. Wir freuen uns schon drauf und natürlich unsere Sommeralibiade. Komm und hol dir die Medaillen. Einen Punkt bekommt ihr, wenn ihr am Unterricht teilnehmt. Zwei weitere Punkte, wenn ihr einen Freund, natürlich auch eine Freundin, eine Technikzeit, die ihr uns vorführt. Drei Punkte gibt es, wenn ein Freund und eine Freundin am Unterricht teilnehmt. Ist das nicht cool? Und jetzt kommt das richtig Coole. Euer Freund, eure Freundin, darf natürlich nur in diesen Sommerferien laden wir sie ein. Du darfst sie einladen. Ja, die können kostenfrei am Unterricht teilnehmen während der ganzen restlichen Sommerferien. Ist das nicht cool? Euer Freund, eure Freundin, euer Gast. Ja, Punkte. Für sechs Punkte bekommt eine Bronzemedaille. Für zwölf Punkte eine Silbermedaille. Für 16 Punkte eine Goldmedaille. Ja, am Montag geht es hier los. Mit unserer Solomar-Olympiade. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.